Ein angeblicher Ausraster am Filmsee des Kinofilms, City of Peace, im Frühling 2017 in Los Angeles brachte Hollywood-Star Joni Depp, 55, Fluch der Karibik, jetzt eine Klage ein. Ein Crewmitglied behaupte darin, der US-Star habe ihn, zweimal in die Rippen geschlagen. Wie das US-Portal, TMZ, weitermeldet, habe der nun klagende Aufnahmeleiter Greg, Rocky, Brooks dem Schauspieler zuvor mitgeteilt, dass der Drehplan geändert werden müsse. Depp soll daraufhin wütend gesagt haben, wer zur Hölle bist du? Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich tun soll. Dann habe es die Hiebe gesetzt. Rocky habe nicht reagiert. Daraufhin habe Depp ihn aufgefordert, ich werde dir 100. 000 Dollar umgerechnet etwa 117.400 Euro, ANM der Rät geben, wenn du mich jetzt ins Gesicht schlägst, was nicht geschehen sei. City of Peace, startet im September in den US-Kinos. Joni Depp spült darin den Polizisten Russell Pohle, der den bis heute ungelassenen Mord an Rapper Notorious BG, 1972 bis 1997, im März 1997 untersucht. Untertitelung des ZDF, 2020